So, guten Morgen, haben wir wieder umgefallen, gell, hast mich schon wieder irgendwann aufgerubelt. Ah, haben wir auch Futter für dich? Jo, jo, haben wir auch Futter. Halten, geben. Sicher, du darfst dann eh wieder aussäen. So, und dann schauen wir mal da. Die zwei können wir mal weggeben. Da haben wir ein Ei. Da haben wir Havale losbekommen. So, da hätten wir schon einiges an Sachen drinnen. Oder irgendwas zum Verkaufen. Die nehmen wir auch mit, außer. Da haben wir die, da haben wir wie gerne. Da haben wir auch wie gerne. Karotten. Aber in dem Sinne eigentlich auch nicht. Ah. Dann haben wir. Oh. Das gehört auch gepflanzt. Weiter noch. Dann haben wir mal die getragen. Mit dem Holz, werden wir die Sterne machen. Die werden wir machen. So. Das ist weg. So, die machen wir da. Und zwar werden wir die da machen. Da bringen wir ihn zusammen. Ei. Okay. Jetzt schaue ich schnell zu meinem Hund. Oder tut irgendwas. Dann lassen wir die Tiere natürlich gleich wieder aus. Nochmal ein Ei. Kann man sich da nicht andere Tiere dazukaufen. Futter müsstest du noch haben. Wo haben wir einen Kompost? Sonst irgendwo was? Nein. Nein, nix. So, jetzt gehen wir da, ja. Also, ich wollte die... Wollen wir die Tiere jetzt auslösen? Nein. Ja. Dazu kann ich jetzt, wenn ich nicht dazukomme, eh von alleine. So, dann schauen wir da. Machen wir uns mal einen Kompost. Ah, ein Dünger. Mit der Kompost. Den braucht dann aber... Auch da... Da, 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 da... Die Gärtnerei oben. So, da. Haben wir mal diesen. So, da. So, da. So, da ist nix drin. Was könnte man dann da dazu einsetzen? Irgendwas haben wir irgendwo eines. In der Dorpe. Jetzt kannst du das gießen auch. Nichts dünnen. Bei den Düngern braucht er oben in der Gärtnerei, so viel wie halt was. Was ist das da? So, das Pfeß da. Hat man mit dem jemals zustande gekommen, ob das jemals zustande gekommen ist. Das ist jetzt auch so ein Ding. Dann haben wir genau noch das Wasser. Okay. Dann schauen wir mal auf, der Drei, glaube ich, hat er oben wollen. Hilf mir doch jemand. Da komme ich von dem Ort ja gar nie weg, wenn die alle nur Hilfe brauchen vom Meer. Ich sollte ja auf Reisen gehen. So, du willst... Kommt bald wieder. So, wie viel will denn rum? Anfrage. Ein 20 Dünger krieg ist. Eisen will er haben. Sie will ja gut. Eisen will da haben. Ich habe aber kein Eisen mit. Wolle weg, außerdem da. Hab ich weggegeben. Ah? Ah? Da hinten zusammen mit der Hand. So, das hätten wir auch mal fertig, dann braucht man da. Und zereisen, und zwar Stein, Stein. So, jetzt muss ich aber echt schauen, was da wirklich was haben wollen. Und zereisen, dann machen wir aus, dann machen wir zwei Silber. So, dann können wir das auch mal fertig machen. So, was würde der jetzt wirklich haben? Und so, okay. So, dann machen wir gleich überall ein paar. So, da bin ich. Also muss ich zu den Sachen zurück, zum Doc Junior. So, was brauchst du? Handwerk. Und zwar, die Brunze. So. So, dann haben wir auch genug dabei. Dann machen wir auch gleich ein bisschen. Und Silber kann man machen. Hier. Okay. Dann haben wir da Brunze. Na, aber? Preisen. Das Grit kann man eh da nicht machen. So. Was können wir dir verkaufen? Nix. Abbrechen. Ja, ich komme wieder. Außer gehen wir jetzt nicht. Aber du musst dich dann auch noch außen nehmen. Wir müssen draußen gießen. So, jetzt gebe ich ihm einmal. Das, was er oben möchte. Wie viel brauchst du? Vier. Okay, da kriegen wir jetzt Dünger. Ein Brunze, genau was ich brauche. Okay, weiter. So, Dünger haben wir bekommen. 20. Dann schreit du jemand noch Hilfe. Du nicht, oder? Nein, du. Kann ich dich um etwas bitten? Es gibt etwas, das ich gerade will, aber ich kann es alleine nicht finden. Kannst du sie für mich besorgen? Ja, was möchtest du denn haben? Äh? Ja. Elefanten. Möselmuschel. Wann findet man die? Wann findet man die? Was ist das überhaupt? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Berühren. Ja. Da. Wo siehst du? So, was hättest du? Prüben. So, jetzt gehen wir mal mein Inventar ausleeren. So, was kriegt man dann alles? Ach, das ist sie da. Ah, lass dir ruhig Zeit. Huff. Krass. Krassamen. Grasse. Sellerie. Karoten. Weizen. Grüne Erbsen. Ein Weizen, wenn man nicht schlecht wird. Boah, wenigstens. Mehr wie drei hat's eh nicht. Krassamen. Krassamen. Samen, die zu Gras heranwachsen, brauchen etwa vier Tage, um vollständig zu reifen. Krassamen. Das probieren wir jetzt einmal aus. Köder. Bierfutter. Und Dünger. Ah, das ist der. Und da. Ne. Verkaufen. Ah, 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 ah. Jetzt schauen wir noch einmal. Verkaufen. Okay, da haben wir eh genug. Den Armütz. Können wir auch verkaufen. Sonst haben wir eh nix, oder? Oh, oh. Das gehört halt alles gepflanzt. Was ist das da, der Eisenerz? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das können wir mal auslernen. Und zwar. Das haben wir. Das haben wir und ich weiß gar nicht. Die können wir weg tun. Auch Holz können wir weglegen. Die können wir auch weglegen. Da muss ich dann einmal schauen, was wir da brauchen. Ich möchte jetzt dann wirklich bald einmal auf Reisen gehen. So. Wo haben wir nichts zu verpflanzen? Ist das alles voll? Wo war? Spät haben wir es uns schon. Okay. Okay, nächstens einmal schauen, dass wir uns auf die Landkarte runtergehen. Und runtergehen. So, wo ist das jetzt? Lass mal fischen. Oh, ich schaue zum Strand. Da muss ich halt mal schauen, wo da hinten. Wo das ist. Bis ich da unten bin, ist der Dunkel um wahrscheinlich. Alle. Oder auch nicht? Ja. Nur was sie da braucht. Was hast du denn du scheint für mich? Zeig her. Da. Wo liegt was? Eine Venusmuschel. Was ist das? Scheidenmuschel. Sellerie. Kann ich das anklenden? Probieren wir. Die Fische kann man verkaufen. Da kriegt man nämlich ein bisschen was dafür. Da sieht. Da ist das. Da ist es. 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 Hab ich, was hieß das? Eine Sardine, hab ich was gerne nur einmal? Hm, ist das da? Ja, kommst du weh? Zweitweg, kommst du weh? Na, du kommst. Stopp! Eine Sardine, okay. Ah, 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 ah. Nur was. Haben wir das alles gekriegt, was ich holen möchte? So, zurückhenn ich. So, das könnte man eigentlich wieder weg tun. So. 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 Es hat eigentlich wieder oben runtergekommen. Ist da ein Lichter? Kapit. Dass man drüber oben kommt, dass man ganz gut herumlaufen muss. Was hast du? Ein Spinat. Und die Tasche, schau davor, was hier dann kommt. So, zu dir brauch ich gar nicht mehr, gell? Nein. Ich will sowieso da nicht mehr rauf. Da kommt man rauf, gell? Da. So. Da kommt man wieder zurück. Da sind die Tiere alleine zurück. Sind sie rein? Sonst muss ich es schon rein tun? Ah, sie ist schon schlafen gegangen. Ein ganz braver. So. Ja, wir sind auch schon wieder müde. Wir gehen schon. Wir gehen schon. Wir sind ja auch schon wieder müde. Aber so können wir trotzdem noch ausräumen. Für morgen dann. So, da. So. Und was ich für einen? Was schlagen will? Wo kriege ich die? Na, die tun wir nicht wirklich. Die Kinder, die Osten, eine schneine Steine hauen. Schauen, was man dafür kriegt, oder? Dass wir mal ein bisschen zu Geld kommen. Nur ein bisschen noch, oder? Okay. So, jetzt gehen wir an. So, dann sage ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schlafen. Gute Nacht.